Es wäre für die mittelfrägische Region, für die Metropolregion Nürnberg, eine echte Schwächung, wenn alle Verantwortlichen hier vom Oberbürgermeister bis zum Minister, vom Söder bis zum Mali, am Ende wissen sie immer, wo sie hingehen, wenn sie irgendetwas mit Europa zu tun haben, weil die brauchen sich nicht so lange erklären, wie sie das vielleicht einem englischen Abgeordneten erklären müssen. Das sagen sie dem Martin, der lebt hier in Nürnberg, der weiß wie die Tieten.